mich hat letztens mal einer gefragt wie man gut leveln könnte und zu einfach zu geld kommt ich würde behaupten so also muss man ja eigentlich nichts machen außer wenn daneben stehen denkt das kriegt jeder hin mal kurz reinwerfen aber du hast schon drei gold oder sowas gemacht in der zeit wo ich jetzt aufnehme was ist denn jetzt das da so und was haben wir da noch so schönes feines auch noch zeug so alles weg sortieren und wo sind jetzt diese zwei kisten da die ich oder habe ich die schon geöffnet was denn das haben wir zwei luxus kisten zustand bessert sich ja wo ich seh es nicht bin blind ich bin blind zu machen wir schon mal deswegen wo ich die schauer ich ja wahrscheinlich habe ich die schon geöffnet oder anna dass da das ist ja nicht gerade hinter jetzt gewesen naja gut ok jetzt schauen wir mal was man noch machen kann erfolge lebendige welt mechanisches chaos also was gibt's denn unendlich ertrank des wachritters toll toll wahllose gegner besiegt ein boss aus jeder von scarlet's armee während ihrer portal invasion ok das heißt da muss ich noch mal irgendwas töten fortale aufhalten ok ich habe portal invasion hier gestoppt das wusste ich gar nicht 13 zurückschlagen naja scarlet störe arena ring in den heuhaufen was ist das spielhütte ok also ich befürchte das sind lauter dinge die ich jetzt gerade noch nicht kann ähm jetzt machen wir erstmal mein dingster wieder auf so also wenn ich das jetzt richtig sehe wir gehen jetzt einmal nach löwenstein kurz noch gucken ob es da noch was gab aber ich glaube das wird es gewesen sein diese diese portale überall für jetzt weil ich glaube das wird in den nächsten tagen ändert sich das dann nochmal oder vielleicht auch nicht ich habe keine ahnung südlichtüberlebenskampf den gibt es noch das wusste ich nicht der ist nämlich echt cool der ist richtig cool ok sieht aber jetzt nicht so aus ne noch keine übergreifenden sternchen irgendwo nö nicht dass ich was sehen werde ok dann würde ich sagen das war es jetzt erstmal ich werde es hier noch ein bisschen weiter machen und dann mal gucken wenn dann noch was kommt dann ja bis demnächst tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020